Okay, hallo, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Kolleginnen, ich möchte Sie heute Abend ganz herzlich hier bei uns in der Heinrich-Böll-Stiftung begrüßen. Der agrarpolitische Jahresauftakt der Heinrich-Böll-Stiftung hat Tradition, jedes Jahr im Januar veröffentlichen wir einen agrarpolitischen Atlas, dieses Jahr den Bodenatlas und jedes Jahr organisieren wir auch die Alternative Grüne Woche und heute am Tag zwei freue ich mich, geht es um ganz konkrete Schritte bei der Moor-Transformation. Ich freue mich auch ganz besonders, dass wir in diesem Jahr wieder eine Veranstaltung zusammen mit der Michael-Sucko-Stiftung machen zu Mooren. Im letzten Jahr haben wir hier den Moor-Atlas veröffentlicht und ich finde, das haben wir ganz gut gemacht, also das muss man auch mal sagen. Und ich hatte im letzten Jahr viele Begegnungen mit Menschen, die sich eine Zukunft mit nassen Mooren vorstellen können, interessieren und sich auch dafür engagieren. Und ich, für mich, das motiviert zum Weitermachen und genau das machen wir heute. Das Thema Moor-Wiedervernässung ist aus meiner Sicht angekommen, kein Nischenthema mehr. Viele Menschen verstehen, warum wir nasse Moore brauchen. Intakte Moore werden als enorm wichtig wahrgenommen, sowohl als Klimaschützer, wenn es darum geht Kohlenstoff, im Boden zu speichern, als Orte für Biodiversität und auch beim Schutz vor Hochwasser und Trockenheit. Und wie wichtig gerade der Schutz vor Hochwasser ist, das haben wir in den letzten Wochen gesehen. Die Pegelstände in Norddeutschland, die steigen zwar wieder, die sinken und die Hochwassergefahr, die scheint vorerst vorbei, aber durch den Klimawandel wird es immer häufiger Starkregenereignisse geben. Und deshalb ist es auch wichtig, dass sich Städte und Gemeinden anpassen. Und zum Beispiel durch Wiedervernässung von Mooren oder durch die Renaturierung von Flussauen. Das sind natürliche Lösungen im Schutz vor Hochwasser. Für die Landwirtschaft heißt es, dass sie dann so nicht mehr ganz auf diesen Flächen betrieben werden kann, aber auch nasse Moore können noch landwirtschaftlich genutzt werden, nämlich zum Beispiel mit Paludikultur und genau darüber werden wir heute sprechen. Also was braucht es für landwirtschaftliche Betriebe, was braucht es für Wirtschaftsunternehmen, um eben langfristig Wertschöpfungsketten zu etablieren. Also wir haben spannende Gäste. Ich möchte gern die Grüne Europa Abgeordnete Jutta Paulus begrüßen bei uns. Vielen herzlichen Dank, Jutta, dass du zu uns nach Berlin gekommen bist. Vielen herzlichen Dank auch an Frank Hafemeyer und herzlich willkommen Claudia Bühler, Bernd Farke und Amelie Jan und Bas Bagnels. Und wir freuen uns auf die Debatte. Die Herausforderungen insbesondere für die Landwirtinnen sind groß. Viele zum Teil sehr unterschiedliche Perspektiven und Positionen müssen mitgedacht werden. Aber ebenso wichtig ist es auch, dass wir den gesellschaftlichen Willen zeigen, einander zuzuhören, um gemeinsam Lösungen zu finden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine schöne, spannende Veranstaltung und Diskussion und übergebe jetzt an Jan Peters von der Michael-Suko-Stiftung, der durch den Abend moderieren wird. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank, Inka. Wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, Moorfreundinnen und Freunde heute Abend. Ich freue mich, dass Sie alle hier in Berlin zusammengekommen sind und auch online sind uns ja einige Gäste noch zugeschaltet. Auch Ihnen und Euch einen wunderschönen guten Abend. Die Michael-Suko-Stiftung als Partner am Kreisland Moor-Zentrum beschäftigt sich ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren mit dem Thema Wie geht Moor-Transformation? So wie auch das Thema oder der Titel der heutigen Veranstaltung ist. Und wir verstehen uns eben sehr stark als Transformationsanstoßer, Transformationsbegleiter im engen Austausch, insbesondere mit der Wissenschaft, im Rahmen des Kreiswald-Moor-Zentrums, sind wir ja eng verbunden mit der Universität Kreiswald, die auf über 200 Jahre Moorforschung tatsächlich zurückblickt und ja auch das Konzept der Paludikultur maßgeblich geprägt hat. Wir als bürgerliche Stiftung, bürgerlich-rechtliche Stiftung, verstehen uns aber natürlich eher als der Akteur, der in die Zivilgesellschaft hinein und auch in die Wirtschaft hinein agiert. Dementsprechend sind wir eben in sehr, sehr vielen Modellregionen in ganz Deutschland, wo sich ganz, ganz viele Menschen eben schon auf den Weg gemacht haben, im Moor andere Konzepte anzuwenden, andere Ideen auch auszuprobieren, im Kontakt. Wir arbeiten zusammen mit Landwirten, wir arbeiten zusammen mit Naturschutzverbänden, wir arbeiten zusammen mit Klimaschützern, mit den Fridays-Gruppen, wir arbeiten aber auch zusammen, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, mit Kunst- und Kulturschaffenden, die neue Visionen und auch neue Narrative für nasse Moore, die ja bei uns auch immer noch ein etwas schlechtes Image, sage ich mal, ein bisschen angsteinflößendes Image haben, entwickeln. Wir arbeiten mit Architekten zusammen, die neue Produkte aus den Palludikultur-Biomassen entwickeln können. Also wir versuchen wirklich, diese ganzen Fäden, die es gibt, zusammenzuführen und daraus eben etwas Neues entstehen zu lassen. Zu der Frage, wie geht Moortransformation, muss ich sagen, auch obwohl wir da mit sehr, sehr vielen Leuten reden, sehr, sehr lange schon daran arbeiten, wir wissen es auch nicht hundertprozentig, wir haben viele Ideen. Ich denke mal, Sie hier im Raum und online haben auch einige Ideen, einige Ansätze dazu. Ein bisschen was wollen wir aber heute hier hören. Wir haben das Programm eben so gestaltet, dass wir nach der Begrüßung drei relativ kurze Inputs hören, die ein bisschen die Abläufe, wo wir eigentlich stehen in Deutschland im Bereich Moortransformation, in den verschiedenen Modellregionen, was es so für Projekte und Vorhaben gibt. Dann wollen wir in einem kurzen Film wirklich in die Praxis gucken, also wie Moorlandwirte tatsächlich auf den nassen Flächen wirtschaften. Und dann wollen wir einen kurzen Input hören, wie eine Verwertung dieser Biomasse eigentlich stattfinden kann. Denn ohne Abnahme, ohne Nachfrage nach der Biomasse, wird natürlich auch niemand Biomasse anbauen in Palludikultur. Das wollen wir hören und dann mit einer hoffentlich sehr interessanten Panel-Diskussion mit, Inke hatte sie sich schon vorgestellt, vielen interessanten Gästen aus verschiedenen Bereichen, aber auch natürlich mit Ihnen allen hier im Raum diskutieren, Fragen beantworten und hoffentlich der Antwort auf die Frage, wie geht Moortransformation ein kleines bisschen zumindest näher kommen. Beginnen möchte ich jetzt mit einem Vortrag von meiner Kollegin Amelie Hünnebeck-Welz. Sie ist Nachhaltigkeitswissenschaftlerin von der Leuphania Universität in Lüneburg und hat ihre Masterarbeit geschrieben zu einem Thema, wie eben Moortransformation in der Landwirtschaft auch passieren kann oder funktionieren kann, was die Perspektiven insbesondere von Landwirten dort sind. Und sie wird uns jetzt in einem Vortrag vorstellen, wie der Stand in Deutschland, wo wir gerade stehen, wie der Stand ist und was es insbesondere aus der Wissenschaft und Zivilgesellschaft für Ansätze gibt. Bitteschön, Amelie. Hallo, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein zu können und besonders, dass ich den ersten Vortrag machen kann, wo ich euch zeigen kann, was ein bisschen schon in der Moorwelt passiert. Wir haben gehört, es ist sehr von Herausforderungen geprägt, aber es tut sich auch viel. Ich werde mit euch jetzt eine richtig schnelle Blitzrunde durch diese Moorwelt machen, um ein bisschen einen Überblick zu schaffen, bevor es dann später tiefer in die Themen eingeht. Mittlerweile, hoffentlich, wisst ihr alle, wie wichtig Moore fürs Klima und unsere Landschaft sind und mit dieser Erkennung gibt es auch rasante Änderungen, die wir uns jetzt ein bisschen angucken. Aber erstmal, wie sieht es in den deutschen Mooren aus? Fünf Prozent ungefähr der deutschen Fläche besteht aus Moorboden. Davon sind leider nur zwei Prozent naturnah. Vier Prozent sind wieder vernässt und der restliche 94 Prozent, so rum, sind in einem entwässerten Zustand. Und diese verursachen jährlich in Deutschland Emissionen in der Höhe von 53 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Das ist mehr als sieben Prozent der Gesamtemissionen in Deutschland. Also ganz schön viel für so ein kleines Stück Fläche. Um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, müssen wir Moorboden wieder vernässen, um auf Netto Null zu kommen bis 2050. Und das geht nur, wenn wir die trockengelegte Moorboden auch wieder vernässen und mit einbeziehen. Hier sehen Sie eine Karte von der Moorverbreitung innerhalb Norddeutschland. In Bayern ist auch noch ein bisschen Moorboden. Um die Klimazizile zu erreichen, müssen wir, wie gesagt, wieder vernässen. So sieht die Moorfläche aus. So sieht leider der Wiedervernässungsprozess aus. Also noch ein weiter Weg. Und wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir jährlich bis 2050 jetzt 50.000 Hektar jährlich vernässen in Deutschland. Wie das pro Bundesland aussieht, wir gehen jetzt nicht in Detail in diese Grafik, aber hier links sehen Sie, wie viel Fläche jedes Bundesland wieder vernässen müsste. Man kann es als Hürde oder auch als Potenzial sehen. Besonders in Niedersachsen und Schleswig-Holstein gibt es sehr viel zu tun. Diese schöne Grafik kommt aus dem Mooratlas und da gibt es auch viele andere tollen Grafiken, die ihr euch angucken könnt. Also Beschleunigung ist unbedingt nötig und dafür braucht es eine Moortransformation. Und die muss auf wirklich allen Ebenen geschehen und es braucht diverse strukturelle Änderungen. Die Politik ist auch schon jetzt endlich dabei. In Deutschland wurde 2022 die nationale Moorstrategie verabschiedet. Dies zusammen mit der EU Nature Restoration Law ist schon mal ein guter politischer Rahmen, um diesen Moorschutz voranzubringen. Mehr dazu wird bestimmt später diskutiert. Intakte Moore müssten unbedingt geschützt werden, aber man kann dann, nachdem die wieder vernässt sind, also die entwässerten Moore jetzt, kann man gucken, was für Nutzungsoptionen es gibt. Und darunter fällt nie wieder dieses Wort Paludikultur, was schon genannt wurde. Und Paludikultur, noch mal zur Erinnerung, ist Torferhaltende Bewirtschaftung auf nassen bzw. wiedervernässten Moorboden. Und da gibt es diverse Ansätze von Wasserbüffel zu PV-Anlagen, zu CO2-Zertifikate und Biomasseverwerten. Dazu wird BAS euch noch viel mehr gleich erzählen. Es entstehen in Deutschland große Flächenpotenziale in nassen Mooren für Paludikultur. Wenn ihr wieder an diese erste Karte zurückdenkt, da lässt sich schon was machen. Es gibt diverse aktuelle Projekte deutschlandweit, die gerade diese Paludikultur versuchen voranzubringen. Viele werden, zum Beispiel jetzt diese, die hier gelistet sind, vom BMEL und BMUV unterstützt. Und die probieren und ganz diverse Ansätze aus. Aber es ist nicht nur staatlich, sondern auch von der Zivilgemeinschaft und auch von der Wirtschaft und Landwirtinnen. Da passiert gerade ganz viel Projekte, die jetzt aktuell laufen. Ein übergeordnetes Projekt, was gerade begonnen hat im Oktober, heißt Paludi Zentrale. Das ist ein Vorhaben, was vom Thünen-Institut, Sukostiftung und Uni Greifswald koordiniert wird. Und das dient als Netz zur Koordinierung von diversen Pilotversuche und Projekten. Viele von denen, die in der vorigen Folie auch gelistet worden sind. Und das Ziel ist, den Moorbodenschutz und die Paludikultur wirklich voranzubringen und in die Praxis zu bringen. Und da steht auch im Fokus die Zusammenarbeit mit diversen Akteuren und besonders der Wissenstransfer, um das Ganze wirklich aufzuskalieren. Und wir erhoffen uns viele neue Erkenntnisse in den kommenden Jahren dazu. Um ein Projekt mal ein bisschen konkreter anzugucken, ich möchte kurz was zu Moosland erzählen. Das bemüht sich um die konkrete Umsetzung der Ziele der Torfminderungsstrategie des BMELs. Und Torf wurde, wie ihr bestimmt wisst, viel als Brennstoff früher genutzt, heute hauptsächlich in Deutschland im Gartenbau. Und das muss sich wirklich ändern. Deswegen den Aufruf, alternative Substrate anzubauen und zu erforschen. Und genau das macht Moosland. Und die versuchen, das wirklich großflächig anzugehen. Und statt Torf abzubauen, Torfmoos anzubauen und zu ernten. Und dadurch einen alternativen Substrat anzubieten. Natürlich geht es nicht in Detail an diese Folie, aber ich möchte euch nur zeigen, wie viel Vorarbeit in diesen momentanen Projekten steckt. Also das ist schon viele Jahre und viele Erkenntnisse, die gewonnen sind, dass alles jetzt zusammenkommt und gebündelt wird in den Projekten, die jetzt laufen. Und das gilt auch für den Projekten aus den letzten Folien. Aber es ist auch nicht nur der praktische Aspekt richtig wichtig, sondern auch diese Zusammenarbeit und die Kommunikation, weil Moore so diverse, unterschiedliche Akteure zusammenbringt. Und das braucht kreative und diverse Ansätze. Und davon gibt es auch zahlreiche. Leider kann ich hier nur ein ganz paar kurze mit euch teilen. Es wurden in der letzten Zeit viele Leitfäden publiziert mit sehr praktischen Handlungsempfehlungen. Im Landkreis Osterholz gibt es den Arbeitskreis Aufwuchsverwertung. Da kommen Landwirte, Unternehmer und diverse Akteure zusammen. Wir haben auch zwei von denen heute mit uns, die erzählen bestimmt auch mehr später in der Diskussion. Die haben zusammen eine Machbarkeitsstudie für die Region erstellt und zeigen, wie man doch um einen runden Tisch kommen kann. Dann gibt es in Malchin den Landschaftsspaziergang, der hat stattgefunden. Das ist eine Methode, wo wieder diverse Akteure zusammenkommen und draußen in etwas lockerem Umfeld und wirklich im Moor der Austausch gefördert wird, um auch Vertrauen und diese Hürden und Brücken ein bisschen abzubauen am etwas neuen Rahmen, was nicht immer nur im Konferenzraum stattfindet. Und letztens möchte ich von einem Workshop mitteilen, auch in Malchin, der ging um Lösungen für eine Transformation. Und hier war interessant, nochmal als kreativer Ansatz, da gab es einen Graphic Recorder, der hat real-time die Ergebnisse und die Diskussion und den Prozess bildlich dargestellt, was einfach nochmal eine nette, einen anderen Weg und Zugang ist zu dieser Debatte. Ich könnte unglaublich viele weitere positive Beispiele listen, aber ich hoffe, Sie haben einen ganz kurzen, kleinen Eindruck bekommen, was alles Spannendes in Deutschland passiert und zu dieser Moor-Transformation beiträgt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und würde nun zum nächsten Programmpunkt leiten. All dies, was ich gerade erzählt habe, ist nicht möglich ohne die Menschen, die wirklich im Moor leben und arbeiten. Und einer dieser Pioniere wollen wir euch jetzt vorstellen, der schon viele Jahre auf seinen Flächen Paludikultur gemacht hat. Und wir werden euch jetzt einen kleinen Film zeigen von einem Landwirt und das ist eine Zusammenkurzversion von einer längeren Reportage von der NDR. Ja, viel Freude jetzt beim Einblick in die Paludikultur. Dankeschön. Ja, Henning Vogt kann leider heute nicht bei uns sein, aber ich glaube, dieser Film hat einen wunderbaren Eindruck vermittelt, was es wirklich heißt, im Moor zu arbeiten, zu leben, sein Einkommen zu finden, sein Auskommen zu finden. Mir hat es ehrlich gesagt auch, und das war auch ein bisschen die Intention, auch ein bisschen Lust, wieder auf Sommer gemacht, diese Erntezeit, die Sonne scheint, man kann im Moor rumlaufen, wie Till Backhaus im Moor hüpfen. Das geht uns als Moormenschen natürlich immer sehr auf. Man merkt, es ist harte Arbeit, es ist ein sehr gutes Timing, sehr gute Planung, die Henning zusammen eben mit seinem Vater Hans Vogt, der schon in den Mitte der 90ern angefangen hat, als noch niemand über Paludikultur oder Moorschutz und Klimaschutz und so weiter geredet hat, damit angefangen. Und man hat das ja auch gehört mit dieser intrinsischen Motivation auch für Natur und das Zusammenspiel von Mensch und Natur. Ich glaube, ein ganz tolles Beispiel, was auch sehr inspirierend ist für viele andere Landwirte als Multiplikator, aber eben auch für, einfach für die Politik, die dorthin kommt, für viele, die sich interessieren für das Thema, um zu zeigen, es geht, es kann funktionieren, aber auch das haben wir gehört, es ist nicht einfach, die politischen Rahmenbedingungen sind nicht einfach. Darüber werden wir ja später auch noch, auch über die EU-Perspektive über die Bundes-Perspektive werden wir später noch reden. Was auch angesprochen wurde, auch von Henning, ist, dass diese Biomasse, dieses Biomasse-Heizwerk nur ein Weg ist, energetische Verwertung, das ist natürlich eigentlich eine Verwertung, die eigentlich erst nachrangig zu sehen ist und eigentlich wollen wir natürlich hin zu einer stofflichen Nutzung, also dass wir wirklich Paludimaterialien auch für zum Beispiel Baustoffe, Verpackungsmaterialien, Ähnliches nutzen und dafür haben wir auch einen Gast eingeladen und zwar ist das Bas Spanias, bitte komm nach vorne, er ist Gewässerökologie, Ökologe aus den Niederlanden, war im Programm noch angekündigt als für die AG Klimamur, Nagiola Reh, er hat aber jetzt zum Jahreswechsel seine Arbeitsstelle geändert und ist jetzt bei der Universität kreisweit angestellt in dem Projekt Paludizentrale, was Amelie auch schon kurz vorgestellt hat und er ist ja einer der Experten für Wertschöpfungsketten, für Verwertung von Paludikultur, Biomasse und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Bitteschön, Bas. Ja, vielen Dank, Jan. Wie gesagt, Bas Spanias ist mein Name und ich habe die letzten fünf Jahre bei mehreren Organisationen in Brandenburg gearbeitet, jetzt bei der Paludizentrale an der Universität Kreisfalz. Titel meiner Präsentation Nasse Moorbewirtschaftung in Brandenburg, die sich lohnt und die sich lohnt, das ist ganz wichtig, weil wenn wir unsere Moorschutz- und Klimaschutzziele erreichen wollen, dann brauchen wir die Landwirtschaft an unserer Seite und die wichtigste Voraussetzung ist, es muss sich lohnen, wir brauchen neue Wirtschaftsmodelle, neue Geschäftsmodelle und das kann nur, wenn es sich lohnt. Sie hören, ich komme aus den Niederlanden und die Holländer, die haben in der Vergangenheit mitgeholfen, Brandenburg trocken zu legen. Ich als Holländer versuche Brandenburg wieder ein bisschen nasser zu bekommen. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Moorbewirtschaftung sich für die Hellholländer schon zweimal geloond hat in Brandenburg. Ich möchte mal anfangen mit Prognosen des Moorflächenverlustes im Oberen Rindel durch das zweitgrößte Moorgebiet Brandenburg. An der linker Seite der Moorkörper in 2013, aber wenn wir die Flächen so weiter bewirtschaften, wie wir das jetzt machen, wenn wir die so weiter entwässern, dann bleibt in 2070 nicht mehr viel übrig. Und das zeigt auch dieses Bild, das ist von einem Landwirt aus dem Rindluch, da ist nur noch 30 cm Torfschicht übrig. Eine weitere Entwässerung von dieser Fläche wäre eigentlich eine Art von Selbstenteignung bedeuten, weil auf diese Kalkmutter kann man die Fläche nicht mehr so bewirtschaften. Deswegen, es gibt nur eine Lösung, wir müssen diese Fläche wieder in eine nasse Bewirtschaftung bringen und dafür ist die Arge Klimamoor ins Leben gerufen. Ich arbeite dort nicht mehr, möchte trotzdem ein klein bisschen Werbung machen. Die Arge Klimamoor arbeitet im Auftrag des Landes Brandenburg, sind in 20 Gebieten aktiv und versuche gemeinsam mit den Landwirtinnen andere Gebietsakteure zu suchen nach Lösungen für eine nasse Moorbewirtschaftung. Und dafür haben wir letztes Jahr von Ministerin Lemke den UN-Dekadepreis bekommen. Ich kann eine Stunde reden über die Herausforderungen bei der Umsetzung, aber ich möchte ganz kurz drei davon benennen. Hydrologie, angepasste Technik und die Verwertung der Biomasse. Alle Projektgebieten sind anders, alle Moorgebieten sind anders und wir müssen erst diese Gebieten hydrologisch verstehen, damit wir die richtigen Maßnahmen nehmen können. Welche wasserbauliche Maßnahmen müssen wir nehmen, aber auch zum Beispiel wie hoch müssen wir anstauen im Winter um die Zielwasserstände im Sommer zu erreichen. Wenn die Flächen dann nass sind, dann würde man mit conventioneller Technik solche Flächen, solche nassen Böden kaputt fahren. Deswegen braucht es angepasste Technik, leichte Technik und deswegen wird in Brandenburg auch jedes Jahr eine große Moorveranstaltung organisiert mit Technikvorführungen, um die Landwirte zu begeistern für solche Technik und inzwischen fahren mehrere von solchen Maschinen in Brandenburg rund. Wenn die Flächen dann nass sind und wir haben diese Technik, dann ist die allergrößte Herausforderung wohin dann mit der Biomasse. und wir reden ganz viel mit Landwirten, wir haben viele Hofgespräche und was wir ganz oft hören, wir können alles anbauen, es muss sich aber lohnen. Deswegen es braucht neue Wertschöpfungskette und dann sind wir bei der sogenannten Paludikulture und ich finde es auch ganz wichtig noch mal zu nennen, auch für die Diskussion gleich, eigentlich der Unterschied zwischen Nasswiese und die sogenannte Anbaupaludikulture. Bei Nasswiese wird die Vegetation sich spontan entwickeln und wird eine Art von heterogene Biomasse erzeugt. Bei Anbaukulturen wird versucht eine mehr homogene Biomasse zu erzeugen und das kann man machen mit Anbau von Schilf, Rohrkölben, homogene Säckebestände oder Torfmozen. Aber Torfmozen sind dann nicht relevant in Brandenburg. Wenn man das Ganze hoch rechnet, wenn wir das Ganze umsetzen, alle Moorflächen in Brandenburg, dann kommt man ungefähr grob gerechnet auf 400.000 Tonnen Biomasse pro Jahr, wovon wir jetzt nicht wissen, wohin damit. Das ist eine unglaubliche Herausforderung. Deswegen sind da unglaublich viele Universitäten, Forschungsinstitute, die neun Projekt MUD vorhaben, Moorpilote, die an dieser Frage forschen. Und deswegen auch für die Diskussion gleich, um ein paar Beispiele zu nennen zur Inspiration, was kann man machen mit dieser Biomasse. Gerade schon gehört, energetische Verwertung, so wie ein Heißwerk man kann es vergassen, verbrennen. Auch zum Beispiel Green Planet Energy versucht zusammen mit Biogasanlage Betreiber, eine Art von Paludi-Gas daraus herzustellen. Das wird nicht verstromt vor Ort, aber das wird ins Gasnetzwerk eingespeist. Ich sehe da ein unglaubliches Potenzial, um Synergie zu suchen mit der kommunalen Wärmewende und das sehen ja auch viele größere Energiefirmen, weil viele haben jetzt Moorbiomasse auf dem Schirm, da ist trotzdem viel Bewegung. Pflanzenkohle, man kann aus Moorbiomasse Pflanzenkohle machen und ich kenne mehrere Landwirte in Brandenburg, die eigentlich ratlos sind auf ihre sandige, trockene Ackerfläche, da wächst kaum noch was, aber auch ratlos sind auf ihre nasse Moorfläche, Wohin mit der Biomasse, warum versuchen wir nicht diese Moorbiomasse zu nutzen als Boden zu verbessern auf dieser sandige Ackerfläche. Inzwischen gibt es viele unterschiedliche Anlagen, auch mobile Anlagen und da kann man gemeinsam mit Landwirten kann man so eine mobile Anlage kaufen und erstmal Erfahrung darauf mit zu tun. Das kann man betriebsintern verwerten, aber auch diesen Absatzmarkt kann man erweitern, man kann da Bauprodukte ausmachen, viele Wenn das dann echt funktioniert, könnte man auch denken an dezentrale Anlagen. Man kann Moorbiomasse auch nutzen als Substrat für Pilzzucht, man kann Pilze essen, man kann auch Bauprodukte daraus machen. Ein ganz, ganz großes Anwendungsbereich, Papierverpackung und Formteile Industrie, da ist ein unglaubliches Potenzial und dabei könnte Paludi Biomasse ein guter Holzersatz sein. Auch da ganz viele Forschungsprojekte. Man kann auch Kunststoffe machen aus Moorbiomasse, das funktioniert auf Laboratorium Ebene, die Frage ist natürlich, wenn wir das abskalieren, ist das konkurrenzfähig mit zum Beispiel Erdöl. Ja, ich sage immer, das Hochst Erreichbare, das sind eigentlich Baustoffe aus Paludikulturen und ich könnte hier zehn Slides zeige, aber ich glaube, ein Tiny Haus gebaut, nur aus Baustoff, aus Paludikulturen, das illustriert eigentlich das Ganze, man kann ein ganzes Haus daraus bauen, ein Dach, Dämmungsplatte, auch die Möbel sind hergestellt aus Paludikulturen. Um mal ein Beispiel zu nennen, dass das auch nicht alles immer so einfach ist, da war in Brandenburg schon eine Wertschöpfungskette mit Paludikulturen 4000 Jahre vor Christus, nämlich Schilf als Dachrät, das wurde damals schon genutzt. In Brandenburg sind vier, fünf, Berlin und Brandenburg, habe ich das gemacht, oder? Ich rede einfach weiter. Okay, es gibt vier, fünf aktive Reet-Dachdecker in Berlin und Brandenburg, die möchte gerne einheimische Schilf nutzen und deswegen haben wir auch einen Workshop organisiert, um diese ganze Wertschöpfungskette, diese ganze Schilfökonomie in Brandenburg wieder zu aktivieren. Daraus ist ein 15-Punkte-Plan entstanden, das sind 15 kleine und große Baustellen, die man eigentlich alle lösen muss, um diese ganze Schilfwirtschaft wieder zu aktivieren. Nur anzugeben, so eine Wertschöpfungskette, die schon da war, das ist nicht immer so einfach. Und als Letzte die Platte von Firma iStraw. iStraw stellt Trockenbauplatte aus Stroh her, hat jetzt auch Paludi-Biomasse auf dem Schirm, vor allem wegen dieses CO2-Einsparungspotential. Herr Burgstaller von IJssel sagt immer, für die herstellung von ein Kubikmeter Beton werden 200 Kilogramm CO2 freigesetzt. Für die herstellung von ein Quadratmeter Trockenbauplatten als Paludi-Biomasse werden 200 Kilogramm CO2 eingespart. Man könnte so ein Kubikmeter Beton ersetzen mit einem Quadratmeter Paludi-Platte. Das ist natürlich sehr interessant und klimaneutrale Bau ist ein ganz großes Ding. Die Anlagen kann man dezentraal etablieren dort, wo die Biomasse herkommt. Das sind relativ einfache Anlagen und ich habe letzte Woche gehört, dass die erste Zulassungsergebnisse eigentlich sehr positiv habe ich noch eine Minute? Ich hatte die letzten zwei Jahre mit mehr als 150 Firmen Kontakt und ich habe ein bisschen ein Muster entdeckt. Es gibt immer die gleiche Frage. Es gibt keine Fertigprodukte. Alles muss neu entwickelt werden. Alle Firmen brauchen Forschung. Alle Firmen brauchen Finanzierung und Kapazitäten. Alle Firmen brauchen Landwirte. Am Anfang Tests zu machen mit dieser Biomasse. Am Ende wenn die Wertschöpfungskette etabliert, ist es natürlich eine größere Menge. Kooperationen. Niemand kann das alleine. Die ganze Infrastruktur muss neu aufgebaut werden. Alles ist Neuland. Die rechtliche Basis und die Zulassung muss eigentlich immer wieder neu erfunden. Das schreckt unglaublich viele Firmen auch ab. Und alle brauchen Marketing und Lobbyismus. Ich will damit nur zeigen, es geht nicht nur um das innovative Produkt. Die ganze Innovationslandschaft muss eigentlich neu etabliert werden. Dafür brauchen Unterstützung aus aller Seite. Das war es. Ich freue mich sehr auf die Podium Diskussion und vielen Dank. Vielen Dank Bas. Ich glaube du hast wunderbar den Bogen gespannt, was es alles für Möglichkeiten gibt, wo wir hinkommen können, wo wir hinkommen wollen, warum wir da noch nicht sind, beziehungsweise was die nächsten Schritte sind, möchten wir jetzt mit unserem Podium diskutieren. Ich würde die Podiumsgäste einmal bitten, alle auf die Bühne zu kommen. Lassen Sie den Mittelplatz frei für mich und dann werden wir gleich starten. Ich kann Sie schon mal ermutigen, sich Gedanken zu machen, was auch Sie für Fragen oder Anregungen oder für Kommentare haben, weil nach einer kurzen Einführungsrunde sind Sie auch dran, auch Sie sich zu Wort zu melden und zu beteiligen. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir ein sehr vielfältiges Podium insbesondere heute zusammengestellt haben, was den Bogen spannt von der EU-Politik. Wir freuen uns sehr, dass wir Jutta Paulus bei uns haben, Abgeordnete für Bündnis 90 der Grünen im Europaparlament und so etwas wie die naturschutzpolitische Sprecherin, kann man vielleicht sagen, der Fraktion, die auch maßgeblich das Nature Restoration Law als Schattenbericht erstatterin mitverhandelt hat, uns da bestimmt auch noch einige Einblicke leisten geben kann, wo wir da stehen und was das auch gerade hier für unsere Frage heute bedarf, jetzt auch wieder auf Listenplatz glaube ich Nummer neun für die anstehende Europawahl gewählt, also sie wird auch in Zukunft hoffentlich in Europa eine starke Stimme für die Moore sein, herzlich willkommen Jutta. Dann haben wir hier zu meiner Rechten Bernd Farke aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft BML, dort ist er Abteilungsleiter zuständig für Wald, Nachhaltigkeit, nachwachsende Rohstoffe, also genau das Thema worum es hier geht, er ist auch Vorstandsvorsitzender der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe, die wir ja auch schon kennengelernt haben, die viele dieser Paludikultur Projekte fördert und ich habe in ihrem Lebenslauf gesehen, dass sie auch schon Einblicke in die Europapolitik gewonnen haben, weil sie auch schon für eine Europaparlaments Abgeordnete für Hildrud Breyer im Europaparlament gearbeitet haben, also durchaus auch über die Bundesrepublik hinaus den Blick werfen konnten. Herzlich willkommen. Dann haben wir hier ganz rechts außen Frank Havemeyer, Maschinenbau-Ingenieur, aus dem Landkreis Osterholz, Osterholz-Scharmbeck. Er ist dort stellvertretender Geschäftsführer des Kreisverbandes, des Landvolkes, also der Bauernvertretung in Osterholz, ist aber auch vor allen Dingen praktizierender Moorlandwirt, der selber Flächen im Moor hat und bewirtschaftet, ähnlich wie Henning Vogt, was wir gesehen haben. und er ist aber auch, er hat sich aber auch schon sehr weit auf den Weg gemacht und ist Mitgründer des Unternehmens Aufwuchsverwertung Teufelsmoor Osterholz, kurz ARTO und darüber wirst du uns heute mit Sicherheit auch noch viel erzählen können. Danke, dass du da bist. Und last but not least zu meiner Linken Claudia Bühler, Vorständin der Umweltstiftung Michael Otto seit 2022, also noch recht frisch in dem Bereich dabei, aber schon sehr, sehr engagiert, insbesondere in der Initiative Tomorrow, die die Umweltstiftung Michael Otto gemeinsam mit der Michael Suko Stiftung gestartet hat und die eben insbesondere die Wirtschaft in diese Gleichung mit reinbringen will, also die Wirtschaftskräfte letztendlich mobilisieren will zuvor. Deswegen ist sie da auch prädestiniert darüber zu reden, war sie für viele, viele Jahre als studierte Wirtschaftsingenieurin in der Otto Group im Top Management zuständig, zuletzt für das gesamte Otto Handelsgeschäft zuständig, also wenn es um Wirtschaft geht, dann weiß ich, wovon sie redet. Herzlich willkommen Claudia. Ja und ich möchte mit einer Eingangsfrage starten, die sich aus dem Titel natürlich ableitet. Wir haben schon einiges gehört und sind vielleicht auch der Antwort schon ein bisschen näher gekommen, aber ich glaube, dass die Podiumsgäste können da auch noch viel zu beitragen, nämlich wie geht denn nun Moa-Transformation? Was brauchen wir und was können insbesondere Sie in Ihrem Arbeitsbereich, der ja sehr vielfältig ist, dabei dazu beitragen? Und ich möchte starten mit Jutta Paulus und insbesondere von dir hören, wie die, ja die EU-Politik, wir haben viel über die Agrarpolitik schon gehört, aber jetzt insbesondere auch das Nature Restoration Law, wo ja auch viel gestritten wurde und viel diskutiert wurde über die Moorziele, die es ja letztendlich reingeschafft haben, welche Impulse du denkst, Europapolitik jetzt schon leistet und in Zukunft vielleicht leisten kann zu dieser Moortransformation. Bitte. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich will mal vorne anfangen, woher kommt eigentlich dieses Nature Restoration Law, etwas sperrig übersetzt mit Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Ich habe es immer das Gesetz zur Rettung der Natur genannt, weil ich fand es sehr viel einleuchtender. Die Europäische Kommission hat im Jahr 2020 in ihrer Biodiversitätsstrategie schon angekündigt, dass sie einen Gesetzesvorschlag vorlegen wird zur Renaturierung von Lebensräumen. Wir haben ja auch die UN-Dekade der Renaturierung, das passt also ganz gut und haben eben in dieser Strategie, die erstmal so ein bisschen Kommunikation, Ankündigung ist, eben dieses Nature Restoration Law auch schon erwähnt, haben das dann auch später vorgestellt, das war noch vor der Artenschutzkonferenz in Montreal, also ein halbes Jahr vorher und dieses Nature Restoration Law ist leider sofort gewaltig unter Beschuss geraten, insbesondere aus dem Agrarsektor mit dem Argument, wir können nicht noch mehr Fläche aus der Nutzung nehmen oder weniger intensiv bewirtschaften, weil uns eben sonst die Lebensmittel fehlen würden. Wir schmeißen zwar ein Drittel weg, aber das ist eine andere Geschichte und wir haben ein für mich sehr besorgniserregendes Maß an Lobbyismus gegen dieses Gesetz erlebt und insbesondere der Fraktions- und Parteivorsitzende der Europäischen Volkspartei hat also dieses Gesetz auf seiner schwarzen Liste gehabt und hat gesagt, wir müssen das komplett ablehnen, demzufolge haben sich auch die Verhandlungen recht schwierig gestaltet, es ist dann am Ende gerade noch über die Ziellinie gekommen, aber die Ziele sind doch abgeschwächt worden, man kann sich anders sagen, das heißt, für die Moor-Wiedervernässung sind wir jetzt bei 30% bis 2030, davon aber nur ein Viertel wieder vernässt, das heißt, die anderen 75% sind andere Formen der Renaturierung, die, also das konnte mir die Kommission auch nicht erklären, weil ich habe ja mit der Kommission auch im Vorfeld schon viel gesprochen und eben dann auch, als es dann der Vorschlag da war und ich habe dann gefragt, ja, wenn ihr sagt, nur einen Teil davon wieder vernässt, was bedeutet denn dann das andere? Ja, wenn jetzt ein intensiv bewirtschaftetes Grünland dann eben weniger intensiv bewirtschaftet wird, weniger oft gemäht wird und so, sage ich, ja, dann habt ihr eine Wiese renaturiert, aber doch kein Moor, aber ja, es ist wie es ist, es war politisch nicht mehr machbar als eben diese 30, 40, 50% jeweils bis 2030, 2040, 2050, aber eben nur ein Viertel beziehungsweise für 2040 und 50 ein Drittel tatsächlich durch Wiedervernässung. Es ist noch mal ein Kaveiat reingekommen, dass also Landwirtinnen und Landwirte nicht gezwungen werden können, wieder zu vernässen, sondern dass die Mitgliedstaaten Anreize setzen sollen, um eben mit solchen Beispielen, wie wir es da gerade gehört haben, das kann ja staatlich unterstützt werden. Also die öffentliche Hand ist einer der größten Auftraggeber in der Bundesrepublik und wenn man jetzt nur mal so ins Blaue hinein, wenn man jetzt sagen würde, bei jedem Neubau, bei jeder energetischen Modernisierung, die seitens der öffentlichen Hand durchgeführt wird, haben wir eine bestimmte Quote an Poludi-Kultur-Materialien, dann hätten wir schon mal die halbe Miete, würde ich mal so vorschlagen, weil doch da einiges an Tonnen auch dafür verwendet werden muss. Worüber das Nature Restoration Law gar nichts sagt, ist die Finanzierung, weil da haben uns unsere Haushälter ins Stammbuch geschrieben, ihr könnt hier nicht in einem separaten Gesetz über den Haushalt entscheiden. Das heißt, es stehen jetzt eher so wolkige Formulierungen drin, dass die Finanzierung gesichert werden soll. Ich würde mir wünschen, tatsächlich einen eigenen Haushaltstitel Renaturierung im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen beziehungsweise einen Sondertopf im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik. Da werden die politischen Kämpfe auch nicht einfacher werden, weil wir haben es vorhin gehört, zumindest der Rohrkolben ist jetzt als Pflanze drin, aber die ganzen anderen Moorpflanzen eben nicht. Also schon das wäre ja eine große Hilfe. Ich glaube aber, dass wir am Ende des Tages auch nicht umhinkommen werden, mit privaten Geldern hier zu arbeiten. Da werden wir wahrscheinlich gleich auch noch einiges zu hören, aber auch von Firmen, die sagen, wir führen eine Gemeinwohlbilanz, wir wollen darlegen, was wir für die Biodiversität und den Klimaschutz tun und da bietet sich ja sowas an. In Meckprom wurden ja auch die Moor Futures erfunden, sprich wo eben Firmen für unvermeidbare Emissionen Gelder an den Naturschutz geben, um Moore wieder zu vernässen, sodass diese Emissionen quasi woanders wieder ausgeglichen werden. Ich halte ehrlicherweise wenig davon, das auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, weil man es so schlecht messen kann. Der Emissionshandel, wie wir ihn in der EU haben, Fuß darauf, ein Betrieb kauft so und so viel Kohle, Erdgas, Erdöl, whatever, das kann man wirklich ganz gut wiegen. Man weiß haargenau, wie viel ist da reingegangen und wie viel CO2 kommt logischerweise raus. Und das ist bei CO2, was im Böden gespeichert wird, sehr, sehr viel schwieriger zu berechnen und es ist halt auch unter Umständen nicht dauerhaft dort gebunden. Also wenn jetzt so ein Moor dann austrocknet und der Torf weggeatmet wird, dann ist das CO2 halt auch weg. Deswegen habe ich immer davon abgeraten, das sozusagen auf die gleiche Stufe zu stellen wie den Emissionshandel für fossile Brennstoffe, weil man da rechtlich sich auf unsicherem Terrain bewegt. Ja, was kann die Politik tun? Ich glaube, wir sind EU-technisch auf einem recht guten Weg mit dem Nature Restoration Law, dass es mal zumindest die Moore wieder reingeschafft haben. Die waren nach der Abstimmung im Parlament im Juli erst mal draußen, sind jetzt in Verhandlungen mit dem Rat wieder reingekommen. Aber wir müssen bei der gemeinsamen Agrarpolitik noch sehr viel Arbeit leisten und wir müssen auch bei der Finanzierung, wie gesagt, aus meiner Sicht wäre da ein eigener Topf ganz wunderbar, aber so wie ich den Haushaltsausschuss kenne, werden auch das schwierige Diskussionen werden. Soweit erst mal. Vielen herzlichen Dank. Wir haben gehört, der Grundschein ist gelegt. Vielleicht hätten wir eine Vertreterin der Kommission einladen sollen, damit sie auch ein bisschen was über Moortransformationen hier lernen kann, weil offensichtlich scheint das noch nicht überall so verortet zu sein, dass tatsächlich Vernässung auch immer dazugehört, um einfach den Torfkörper zu erhalten. Und das Thema Finanzierung ist natürlich ein ganz wichtiges und das ist eigentlich, glaube ich, ein gutes Stichwort auch für Bernd Farke, denn mit der Finanzierung ist man ja zumindest in Deutschland schon ein bisschen weiter. Es gibt verschiedene Mittel aus verschiedenen Töpfen, es gibt politische Strategien auch. Wo stehen wir da und was kann der Bund, was können Sie beitragen zur Moortransformation? Also ja, vielen Dank. Also zur EU nochmal, ich glaube, ich weiß nicht, ob das die Kommission war. Es war eher Rat und Parlament, die dann noch nicht alles verstanden hatten, weil der Vorschlag ursprünglich war ja so schlecht nicht, glaube ich, zum Nature Restoration. Okay, alles klar. Gut, also bei uns im Bund ist glaube ich erstmal ganz wichtig, dass ich mal was festhalten möchte, dass ich glaube, dass tatsächlich die Jahre 2018 bis 2021 auch dem letzten, auch von den Politikern klargemacht haben, dass der Klimawandel hier vor Ort galoppiert und dass dringend etwas getan werden muss, um einerseits die Landwirtschaft anzupassen, andererseits die Emissionen runterzufahren. Und als wir das in den Jahren eben durch die drei aufeinanderfolgenden Trockenheiten, Dürren in Deutschland erfahren haben, haben wir uns zusammengesetzt und haben uns erstmal angeguckt, was können wir denn jetzt eigentlich schnell tun? Und ich muss ehrlich sagen, die Moore waren nicht so im Fokus. Die waren eigentlich gar nicht im Fokus. Das ist genau das Umgekehrte gewesen. Die sind ja vor 100 oder etwas über 100 Jahren extra zur Ernährungssicherung entwässert worden und zu fruchtbaren, aus landwirtschaftlicher Sicht, Böden gemacht worden. Und jetzt mussten wir feststellen, dass wir auf 5% der Fläche, der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland, das LULU-CF-Ziel, also das Ziel bis 2030, Kohlenstoff aus der Luft oder, ja, theoretisch aus der Luft rauszuziehen, bei den Mooren ist es andersrum, wir imitieren nicht. Aber es zählt trotzdem zu diesem Ziel, einen Bodenspeicher aufzubauen, dass wir das mit dieser geringen Fläche schaffen könnten, wenn wir das einfach nur täten, beziehungsweise ja, wir haben es gehört, 53 Millionen Tonnen sind das, das wäre ein Übertreffen des Ziels. Und da ist es natürlich für uns interessant geworden. Und dann haben wir jetzt mal angefangen, intensiv daran zu arbeiten, sind vor Ort gewesen, bei Ihnen waren wir schon, in der Wesermarsch waren wir, des Öfteren, auch in Brandenburg sind wir unterwegs gewesen. Und da ist dann das, was wir vorhin gehört haben, von Bars herausgekommen, wir brauchen einen Plan. Wir brauchen einen Plan, der genau da mal ansetzt, was wir eben gehört haben. Dass wir nämlich zuerst mal an jedem einzelnen Moor den Wasserhaushalt regulieren müssen. Und zwar, wie wir glaube ich jetzt nach den Fluten auch wissen, höchstwahrscheinlich in beide Richtungen. Wir müssen gucken, dass wir im Winter vielleicht mal das Wasser doch wieder wegkriegen, rechtzeitig. Und im Sommer aber muss es da sein, so. Und damit wir sozusagen eine kontinuierliche Vernässung hinkriegen, um das CO2-Einsparziel zu erreichen, um aber auch Häuser und Böden auch letztendlich zu schützen vor den Fluten. Und deshalb ist es so, dass wir dann mit dem BMUV zusammen, waren wir immer unterwegs, wie gesagt, jetzt arbeiten ganz intensiv an den Richtlinien zur Förderung der Wiedervernässung. Die setzen an tatsächlich auf der einen Seite bei diesen Wasserbau-Ingenieur-Fragen, auf der anderen Seite aber auch bei der Frage, was braucht ein Landwirt denn, um das freiwillig mitzumachen, weil das haben wir jetzt eben schon gehört, freiwillig soll es sein. Das ist aber politisch auch in Deutschland von, auch von Steffi Lemke nicht anders gewollt. Ich glaube auch, dass der Ereignungswege noch länger dauern würde. Also der Freiwillige ist der wesentlich bessere und effizientere. Und deshalb haben wir uns überlegt, was brauchen denn die Landwirtinnen und Landwirte vor Ort und haben auch deshalb zusammen mit dem BMUV, BMUV-Federführend, muss ich dazu sagen, entwickelt, Programme, die eben sowas vorsehen wie Umstellungsprämien, dass wenn einer den Schritt mal wagt, umzustellen, dass wir dann dort investieren. Insgesamt hat das BMUV bis vor kurzem noch eine Milliarde gehabt, das wird sich jetzt in den Details nochmal herausbaldovern, weil die 60 Milliarden ja fehlen, da ist auch in dem Programm gekürzt worden, was für die Moore vorgesehen ist, aber da sind noch mehrere hundert Millionen drin, mit denen wir zunächst auf alle Fälle mal mit diesen beiden geschilderten Programmen anfangen können. Das heißt, wir haben schon mehrere hundert Millionen in den nächsten Jahren zur Verfügung, die wir genau für die ersten Schritte einplanen, die im Bereich Wiedervernässung liegen, Wassersysteme umbauen und eben den Landwirten sozusagen einen Anreiz zu bieten, da umzustellen. Die nächste Frage ist dann, und da sind wir noch in den Anfangsschuhen, da hören wir aber vielleicht gleich von der Wirtschaft auch noch ein bisschen mehr in den Anfangsbedingungen sind wir erst bei der Frage der Wertschöpfungsketten, nämlich das ist die Frage, die mir jetzt am öftesten oder gestellt wird, wenn ich in den Regionen bin, wer nimmt mir das Zeug denn ab, wer kauft das? Und da habe ich noch keine Antwort und das ist jetzt das, was wir dieses Jahr unbedingt schaffen müssen, dass wir das Ende des Jahres vor Ort sagen können und sagen, wir sind guten Mutes, dass ihr schon in kurzer Zeit gute Abnehmer dafür habt. So viel ungefähr, paar Worte zur Strategie, die wir uns ausgedacht haben. Ja, vielen herzlichen Dank. Hört sich sehr komplex und durchdacht an. Viel haben Sie davon gesprochen, was der Landwirt braucht, wo es hingeht. Wir haben hier einen Landwirt bei uns, Frank Havemeyer aus Niedersachsen. Wir hatten in Amelies Vortrag gesehen, Niedersachsen ist das moorreichste Bundesland in Deutschland. Ich glaube, der Landkreis Osterholz, wo du herkommst, ist einer der oder sogar der moorreichste in ganz Deutschland. Ihr habt viele noch entwässerte Moore, ihr habt aber auch schon nasse Moore, die in einem Naturschutzgroßprojekt vor einigen Jahren schon vernässt wurden und du als jungen Landwirt bewirtschaftest diese Fläche, du vertrittst aber eben auch als stellvertretender Geschäftsführer des Landfolges im Kreisverband viele andere Landwirte. Wie hört sich das an für dich? Wie geht für dich Moortransformation? Sind wir da schon? Gibt es das, was du als Landwirt brauchst oder was braucht es mehr? Ja, erst einmal schönen guten Abend auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute Abend hier einen praktischen Beitrag zu der Veranstaltung leisten zu dürfen. Ja, und du hast unsere Region Teufelsmoor angesprochen, aus der ich stamme. Diese Region hat sich in den letzten 300 Jahren über Generationen entwickelt, nachdem die ersten Generationen ihr Einkommen über den Verkauf von Torf als Heizmaterial sichern konnten, haben, stieg der Wohlstand im ländlichen Raum mit der, mit der Etablierung der Milchviehwirtschaft. Und diese Betriebe wurden in den letzten 30 Jahren oder hauptsächlich in den letzten 20 Jahren durch etliche Schutzgebietsverordnungen zwangsexstensiviert. Und ja, das sieht man der Region auch an, wo wir vor 30 Jahren etwa beispielsweise 50 Betriebe mit 1000 Milchkühen auf der Weide hatten, haben wir jetzt noch wenige Extensivbetriebe, die ja vereinzelte Mutterkuhherden noch auf den Grünlandflächen halten. Und das liegt letztendlich daran, dass diese Aufwüchse für die Rindvierhaltung nicht mehr verwertbar sind. Wo wir vor 30 Jahren auf den Grünlandstandorten umgerechnet einen Produktionswert von 7000 Euro den Hektar erwirtschaftet haben, haben wir jetzt auf den Flächen teilweise nur noch die Agrarsubvention in Höhe von 200 Euro. Weil da die, ja, diese Aufwüchse für die Landwirtschaft mittlerweile nahezu wertlos oder nur noch zur Einstreu dienen. Und da ist es das Allerwichtigste, dass wir jetzt in Kürze eine Lösung für die alternative Verwertung dieser Aufwüchse entwickeln können. Denn wir haben es die letzten Tage gesehen, die Problempunkte, die uns Landwirte jetzt auf die Straße getrieben haben. Das kommt für die Moorbauern jetzt diese Problematik der Aufwüchse nochmal oben drauf. Und die Region oder die Betriebe verdienen kein Geld. Und wenn man durch die Region in Deutschland fährt, sieht man es, wenn man ehrlich ist, es den Regionen im ländlichen Raum auch an. Und da wage ich das einfach mal in dieser Runde hier diese, eine kritische Frage zu stellen. Und zwar brauchen wir die Transformation der Moore. Das ist sicherlich auch ein Wording. Und wir arbeiten da seit 2017 sehr, sehr aktiv daran, dass wir unsere Moore weiterentwickeln. Und ich würde mir wünschen, dass wir in dem, wenn wir uns um den Moorbuhenschutz und um den Klimaschutz auf Moorbuhnen unterhalten, dass wir uns über eine Weiterentwicklung des Moorbuhens unter anderen Aspekten, wie wir sie vor 50 Jahren hatten, unterhalten. Wir haben Landwirte im Landkreis Osterholz, die seit 2017 im Arbeitskreis arbeiten. Das ist eine Nachfrage, die aus der Landwirtschaft gekommen ist, um alternative Verwertung für diese Problemgräser zu entwickeln. Wir haben daraus haben sich 20 Landwirte im Schulterschluss zusammengetan und jetzt ein Startup gegründet, damit wir Testmärkte erschließen können und unternehmerische Strukturen aufbauen können in der Hoffnung, alternative Verwertung zu entwickeln. Und das ist auch keine Hoffnung. Wir sind davon überzeugt, dass es Alternativen geben wird. Es müssen Alternativen her. Deswegen sitzen wir heute alle. Wann diese marktreif sind und wie diese aussehen, das müssen wir alle gemeinsam gestalten. Letztendlich der Hebel liegt bei der Politik. Aber wenn wir die Moorstandorte zu Klimaschützern weiterentwickeln möchten, dann brauchen wir die Unterstützung von Werkzeugen. Beispielsweise eine zusätzliche Besteuerung von erdölbasierten Baustoffen, Dämmstoffen oder Verpackungsmaterialien. Oder die aktive Förderung von Entwicklung, von Verwertung aus Politikkulturen oder deren Produkte. Da ist jetzt hier auch schon einiges auf den Weg gebracht. Wir haben einige Modelle und Demonstrationsvorhaben, wo wir sehr viele Hoffnungen bei uns im Teufelsmoor setzen. Aber was wir nicht brauchen, sind zusätzliche Flächensubventionen auf diesen Flächen. Wir brauchen keine, wir wollen nicht mehr Bürokratie haben und wir wollen letztendlich eine Wertschöpfung haben, wo wir in den Markt hinein produzieren können. Noch ist es halt, ja, für diese Betriebe gibt es momentan keine Alternative zu den Agrarsubventionen. Wenn wir die Moorstandorte in Zukunft zu Klimaschützern weiterentwickeln möchten, dann müssen wir jetzt sofort einen Abwägungsprozess zwischen Naturschutz und Klimaschutz finden. Moorpv-Anlagen, Rohrkäuben, Schilfanbau und selbst wenn wir über die totale Renaturierung der Moore sprechen, das ist heute ja nicht mit den Naturschutzrichtlinien vereinbar und wir haben bei uns in der Region eine sehr, sehr hohe Dichte an Schutzgebieten und da fragen wir uns natürlich, wir sind, wir wollen Pioniere sein, wir wollen Moorschutz, wir wollen neue Dinge entwickeln und die Landwirte auch neu entwickeln, aber wenn uns dort die Handschellen angelegt werden, dann fragen wir uns, wo die ganze Sache dann für uns Landwirte dann auch hingehen kann. Aber wir wollen nur noch zwei, drei Worte, wir sehen das Thema Klimaschutz als Chance, unsere Betriebe für die Zukunft wettbewerbsfähig zu machen. Und deswegen ist meine Bitte, dass wir bei den Landwirten und in den Regionen Deutschlands anfangen, die bereits extensiviert sind, wo wir bereits diese Massen an Rohstoffen als Nasswiesengräser haben. Bei uns in der Region sprechen wir dort jetzt schon über mehrere tausend Tonnen Biomasse jährlich, die nicht sauber zu verwerten ist, ehe wir uns über die Steigerung der Wasserstände in den Agrarlandschaften unterhalten. Denn sonst werden wir die Landeigentümer bzw. wenn wir das hinbekommen, eine alternative Verwertung zu entwickeln, werden wir die Landeigentümer auch davon überzeugen können, den Wasserstand auf den Flächen zu erhöhen. Und die Landeigentümer sind mittlerweile meist nicht mehr die Betriebe, die auf den Flächen wirtschaften. Und deswegen ist mein Appell, dass wir jetzt sofort Wirtschaftsnetzwerke knüpfen, wir brauchen. Deswegen machen wir uns im Teufelsmoor auf den Weg. Wir haben ein ganz tolles Netzwerk hier. Es sind viele Akteure hier im Bereich Wissenschaft und Verbände, aber wir brauchen ein Wirtschaftsnetzwerk. Wir brauchen Investoren, die einen ähnlichen Pioniergeist haben wie die Teufelsmoor-Bauern. Und das brauchen wir am besten hier und jetzt. Ja, vielen Dank, Frank. Ich glaube, da... Ja, gerne Applaus. Ich glaube, da merkt man, dass es nicht daran mangelt, an Ideen und an auch Umsetzungswillen und Pioniergeist bei euch, sondern es mangelt einfach daran, dass die Rahmenbedingungen nicht stimmen und dass noch nicht geklärt ist, wo die Reise hingeht mit der Biomasse. Und da kann vielleicht unsere nächste Gästin Claudia Bühler von der Umweltstiftung Michael Otto, ich hatte schon gesagt, sie ist sehr, sehr stark involviert in die Initiative Tomorrow, die auch eben sehr stark in die Wirtschaft, eben gerade in die abnehmenden Unternehmen, die in verschiedensten Bereichen tätig werden können, hineinarbeitet letztendlich, das Thema reinbringt. Vielleicht beschreibst du ein bisschen, wie du die Rolle der Wirtschaft, von Wirtschaftsunternehmen, auch von Wirtschaftskräften siehst, wie sie die Moor-Transformation und die Paludikultur voranbringen können. Das mache ich gerne. Die Rolle der Wirtschaft. Wenn wir mal auf Deutschland gucken, wir haben 1,8 Millionen Hektar Moore hier in Deutschland. Wir haben es vorhin gesehen von Amelie, 95 Prozent sind entwässert. 1,3 Millionen Hektar sind landwirtschaftlich genutzte entwässerte Moore und von denen sind ungefähr eine Million Hektar in Deutschland wieder zu vernässen. Da kommt eine ganze Menge Biomasse auf uns zu, wo einerseits die Landwirte natürlich auch Einkommenspotenziale daraus generieren müssen. Auf der anderen Seite natürlich auch Chancen entstehen. Und das muss man auch mal sagen. Das ist jetzt eine Herausforderung mit Sicherheit und auch ein Risiko. Und mein großer Respekt gilt da wirklich hier Frank Havemeyer und allen Landwirten da im Teufelsmoor, die sich ohne Sicherheit auf den Weg gemacht haben und wieder vernässen und die Wasserstände hochziehen. Und wir kommen gerade auch vom Agrarkongress, da haben wir auch immer gehört, zwei Themen Preise, faire Preise und Planungssicherheit. Und ihr habt euch auf den Weg gemacht, ohne weder das eine noch das andere. Also Respekt und Anerkennung. Und wir werden so viel Biomasse bekommen. Und das Ding ist einfach, dass es ganz viel Wissen gibt tatsächlich. Es gibt hier Uni Greifswald, Greifswald-Mohr-Zentrum, forscht ganz viel. Es gibt erste Praxisanwendungen, erste Versuche für eine stoffliche Verwertung, auch für eine energetische Verwertung. Aber noch nichts im industriellen Maßstab, noch nichts, wo man dann die Biomasse von 50.000 Hektar pro Jahr irgendwo dann auch hinbringen kann, was vernünftige Einkommen auch sichert für die Landwirte. Und wenn wir diese ganze, ich nenne es jetzt nochmal Transformation oder Weiterentwicklung der Böden, wenn wir das Ganze anschieben wollen, wenn wir das ins Rollen bringen wollen, dann müssen wir jetzt auch schnell handeln. Und ich verstehe das total, dass die Landwirte da auch die Einkommenspotenziale brauchen. Und wir müssen jetzt vom Wissen auch ins Handeln kommen. Und da haben wir eben von der Initiative Tomorrow aus, Das ist ja ein Zusammenschluss aus der Umweltstiftung Michael Otto und der Michael-Suko-Stiftung, Partner am Greifswald-Mohr-Zentrum, die zum Ziel hat, Moore wieder zu vernässen und damit zum Pariser Klimaschutzabkommen auch beizutragen. Und da als ein sehr, sehr wichtiges Handlungsfeld auch die Wirtschaft identifiziert und auch festgelegt. Wir haben drei Handlungsfelder, die Ökologie, die Wirtschaft und die Politik. Und mit Blick jetzt auf die Wirtschaft ist es total wichtig, dass wir jetzt diese Marktkräfte aktiviert bekommen, um Perspektiven zu schaffen, um Potenziale zu schaffen. Und da haben wir uns eben auf den Weg gemacht. Und das war auch für uns ein Schritt ins Ungewisse irgendwo. Wir haben angefangen, mit diesem ganzen Moor-Paludi-Kultur-Thema erstmal eine Machbarkeitsstudie aufzusetzen. Das hat im Oktober 2022, haben wir gestartet, haben wir eine Machbarkeitsstudie beauftragt an Sustain Consulting, das ist eine Beratungsfirma für nachhaltige Beratung, Unternehmensberatung und haben die beauftragt, rauszufinden, in welchen Wirtschaftssektoren lassen sich skalierfähige Wertschöpfungsketten aufbauen. Wir brauchen keine Nischenwertschöpfungsketten, wir brauchen große skalierfähige Wertschöpfungsketten. Diese Machbarkeitsstudie liegt seit Oktober 2023 vor. Es wurden im Wesentlichen sieben Wirtschaftssektoren identifiziert. Die größten sind Papierverpackung inklusive Faserguss, Bau- und Dämmstoffe, Biokunststoffe und chemische Grundstoffe, eben auch für Farben und Lacke die Grundstoffe zu liefern. Das sind Möbel und Spanplatten, das sind auch Fasern. Da liegen überall Potenziale für die Verwendung von Paludikultur, also von verschiedenen Auffüchsen. Und jetzt haben wir diese Machbarkeitsstudie vorliegen. Wir wissen, was können wir mit dieser Biomasse machen. Und dann haben wir die großen Unternehmen aus diesen Sektoren identifiziert und geguckt, wer sind da wirklich in diesen Sektoren die großen Player und haben die angesprochen und haben angefangen, also ich sage es mal auf Deutsch, es war wirklich Hardcore-Vertrieb, haben die angefangen anzusprechen, denen erstmal das ganze Moor-Thema auch zu erzählen. Da sind noch nicht wirklich alle tief abgeholt. Und Firmen im Thema Moor, sieben Prozent Treibhausgasemission, das passiert noch nicht, das ist nicht schlimm, das kann man alles vermitteln. Das haben wir getan und haben dann versucht, diese Firmen zu akquirieren und sich zu committen, Pilotprojekte in ihren Wertschöpfungsketten mit Einschleusungen von Paludikultur zu starten und durchzuführen. Und tatsächlich, das ist uns gut gelungen, diese Firmen zu akquirieren. Wir haben jetzt ein sehr schönes Setup an unterschiedlichen Firmen in Deutschland, die sich committet haben, das zu tun. Und so erhoffen wir uns und so planen wir uns und planen wir, diese Marktkräfte zu aktivieren und einen Nachfragesog auszulösen. Und darum geht es. Und zwar nicht nur in diesen Firmen, die wir jetzt akquiriert haben. Das sind Leuchtturmfirmen. Die sollen dann und werden dann auch das, was gefunden wurde und über Pilotprojekte entwickelt wurde, an performanten Produkten. Das Produkt muss immer noch funktionieren. Und der Business Case muss auch stimmen. Also das ist natürlich auch wichtig, dass die Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Aber das dann in die Branche rein zu multiplizieren, damit viel, viel mehr Biomasse abgefragt, nachgefragt wird und so auch für Landwirte vernünftige Einkommenspotenziale geschaffen werden können. Und das ist der Plan. Und damit wollen wir starten. Es ist auch nicht so, und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, die Unternehmen tun das aus einer ehrlichen Umweltverantwortung, Klimaschutzverantwortung. Das zahlt auch auf deren Ziele ein. Die tun das aber auch, weil Paludikultur möglicherweise eine ganze Menge Probleme von denen lösen kann. Die stehen nämlich auch vor einem ganzen Sackvoll-Herausforderungen, als da sind immer stärker und umfangreichere Berichtspflichten für die Unternehmen. Die CSRD oder die Packaging Waste Regulation, also die EU-Verpackungsverordnung, die haben auch einen Haufen Themen zu erfüllen. Die haben eigene SBTs, die sie erfüllen wollen. Es ist aber auch, sie sehen sich auch von Rohstoffknappheiten konfrontiert. Holz wird FSC-zertifiziertes, Holz wird knapp. Da kann Paludikultur eine gute Alternative sein. Oder auch der EU-Green Deal, der auch die Baubranche mehr und mehr dahin bringt, sich von fossilen, richtigerweise von fossilen Rohstoffen zu verabschieden. Auch da müssen alternative Rohstoffe her. Und auch der Kunde fragt es nach, immer stärker nachhaltige Produkte. Also insofern würde ich mal sagen, ist das ganz sicher eine Triple-Win-Situation. Die Landwirte gewinnen, das Klima gewinnt und die Unternehmen gewinnen auch. Und da muss jetzt die Kraft reingehen. In Zusammenarbeit mit der Politik, in Zusammenarbeit mit den Landwirten und mit der Wirtschaft. Und da kann richtig, richtig was Gutes draus werden. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für dieses starke Statement. Was ich auf jeden Fall als eine der Beantwortungen für diese Frage, wie geht Moortransformation mitnehme, auch so ein bisschen die unterschiedlichen Wordings, die unterschiedlichen Narrative mitzunehmen. Ich glaube, das ist hier auf dem Panel ganz gut vertreten gewesen, wie unterschiedlich gesprochen wird über das Moor, über Paludikultur, über Biomasse. Aber gerade das ist eben wichtig, zusammen zu sprechen und gemeinsam dann auch eine gemeinsame Sprache, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg hier heute Abend und auch für die Zukunft. Sie haben jetzt die ganze Zeit zugehört, haben wahrscheinlich sehr, sehr viele Anreize bekommen, sehr, sehr viele Ideen sind bei Ihnen. Vielleicht auch Fragen hier ans Panel zu den Statements. The floor is yours. Wir haben ein Mikrofon bei Hagen, ganz außen. Melden Sie sich gerne und stellen Sie Fragen. Halten Sie sich aber bitte ein bisschen kurz. Bitteschön. Ulrich Simon, ich engagiere mich ehrenamtlich bei Profi. Wir setzen uns für artgerechte Nutztierhaltung ein. Und ich fand jetzt natürlich das mit den Wasserbüffeln sehr spannend. Ich habe mich aber bei der ganzen Sache auch ein bisschen gefragt, inwiefern zum Beispiel Schweinehaltung auf Moorflächen denn möglich wäre, beziehungsweise warum das nicht so funktioniert. Ein Grund hier in Brandenburg ist sicher die afrikanische Schweinepest und dass man gerade die Freilandhaltung von Schweinen, ja, es ist halt nicht schlau, das hier zu machen unter den Rahmenbedingungen. Aber ich habe mich auch gefragt, inwiefern das zum Beispiel mit dem Naturschutz, sprich durch die, ja, das ist ja bei beiden Wasserbüffeln ja auch gegeben, durch die Exkremente oder so, inwiefern das alles naturverträglich möglich ist und warum einfach zum Beispiel keine Schweinehaltung auf diesen Moorflächen so angeboten wird. Was ich noch zu den Milchkühen sagen kann, also meine Eltern kommen beide von Bauernhöfen in Hohenlohe, da gab es keine Moore und trotzdem gibt es ja fast keine Milchkühe mehr. Ja, die letzten 30 Jahre schlicht und ergreifend einfach, weil die ganzen Rahmenbedingungen in der Milchwirtschaft so katastrophal waren und da haben die Bauern alle eigentlich auf Schweine- und Ackerbau umgestellt. Ja, also das würde mich mal interessieren in dem ganzen Bereich. Ja, vielen Dank. Wir sammeln erstmal zwei, drei Fragen, wenn es noch weitere Fragen gibt. Ja, bitte. Erstmal ganz außen auf der anderen Seite. Oder erstmal wir machen, wir fangen bei Hans an und dann gehen wir weiter zu Björn. Ja, Hans-Lütjen Wellner aus Teufelsmoor. Ich bin Mitgeschäftsführer bei der Ato oder im Teufelsmoor. Meine Frage ist mal, wir haben ja etliche Sachen ausprobiert, abgeklopft und sind nie in der Lage gewesen, die Preise von, sagen wir mal, Verpackungsmaterialien zu schaffen, die jetzt auf dem Markt sind. Ist denn für eine Firma, die unsere Verpackungsmaterialien nehmen würde, wenn wir welche herstellen würden, interessant, sich auch so hinzustellen und zu sagen, okay, wir schützen das Moor, weil da sehe ich eigentlich im Augenblick die einzigste Chance, dass wir auf dem Markt bestehen könnten, weil wir mit normaler Verpackung geltlich, glaube ich, nicht mithalten können. Ja, vielen Dank. Und dann jetzt noch einmal zu Björn rüber. Der ist gerade schon losgelaufen. Jetzt läuft Hagen. Sehr gut. Dankeschön. Ja, danke. Björn Pasemann vom Deutschen Naturschutzring. Es sind ja schon einige Herausforderungen angesprochen worden, insbesondere was die Wertschöpfungsketten angeht. Aber es gibt ja noch andere, etwa was die Flächenverfügbarkeit angeht, was Genehmigungsverfahren angeht und eben auch die rechtliche Situation. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es einen Konsens, dass wir die Moorwiedervernässung beschleunigen müssen. Und da würde mich jetzt mal, ich richte mal die Frage an Herrn Farke und Frau Paulus, interessieren, wo Sie Hebel sehen, noch den Moorschutz, die Moorwiedervernässung rechtlich zu stärken. Und brauchen wir in Deutschland nicht eigentlich ein Bundesmoorgesetz? Ja, vielen Dank. Auch schon konkrete Ideen. Wir starten mal mit Frank, mit der Frage zur Tierhaltung. Du bist ja selber Tierhalter, kennst dich ein bisschen aus. Mit Schweinen glaube ich nicht so. Aber vielleicht kannst du trotzdem was zu sagen, auch wie ihr auf Moor mit Tieren wirtschaftet. Genau. Also zu Schweinen kann ich tatsächlich wenig sagen. Wir sind eine Rindvieh-haltende Region und ich glaube, das Rindvieh ist auch in Zukunft sehr, sehr wichtig für unsere Kulturlandschaft, um diese zu erhalten. Und diese ganzen Themen um die alternative Verwertung muss ein Baustein sein, die Betriebe zu diversifizieren, um ein weiteres Standbein aufzubauen. Aber das Thema Wasserbüffel hatten wir bei uns in der Region auch schon thematisiert, haben sogar im Landkreis einige Wasserbüffel laufen. Es ist ja so, dass die Wasserbüffel gerne, wie das Wort auch schon ist, nah am Wasser ist. Und das Problem ist einfach, dass die Moore alle sehr divers sind. Es gibt Moorstandorte, wo das funktioniert, wo die Wasserbüffel sich im Wasser auch wohlfühlen wohlfühlen können. Bei uns ist es so, dass wir eine Moormächtigkeit von 6 Meter haben im Durchschnitt und dass das ein Moor ist, welches auch sehr schlecht überträgt. Und es wäre so, also bei unseren normalen Rindviechern, die wollen ja ungern ins Wasser und in den Graben, bei den Wasserbüffeln wäre das so, dass wir die morgens und abends mit dem Trecker aus dem Graben ziehen müssten, weil die selber aufgrund dieser Torfmächtigkeit sich daraus nicht befreien könnten. Und das ist ein Grund, wir haben auch sehr viele Wassersenken, da müssten die tunlichst von abgehalten werden. Deswegen ist das für unsere Region keine Lösung, aber durchaus für andere. Es gibt da ja gute Beispiele. Also auch hier muss man sehr individuell gucken. Claudia, die Frage zur Wirtschaftlichkeit, zum fairen Preis. Du hattest es ja selber auch angesprochen, auch heute beim BMUV Agrarkongress ein großes Thema. Wie schätzt du das ein? Sind die Unternehmen bereit, dann auch eine Prämie praktisch zu zahlen für diesen Umweltnutzen aus dem Moor? Ich denke Unternehmen, also grundsätzlich nicht alle, aber schon auch die, mit denen wir jetzt auch stark im Dialog sind, sind grundsätzlich erstmal bereit, für eine gewisse Zeit einen höheren Rohstoffpreis zu bezahlen, im Vergleich zu den bisher genutzten Rohstoffen. Das wird sich vielleicht auch, wenn dann die Wiedervernässung in einem größeren Maße kommt und die Rohstoffmenge auch mehr verfügbar ist, einfach mehr da ist, dann wird sich der Preis auch ein Stück weit runter regulieren. These, er bleibt vielleicht in dem einen oder anderen Segment, je nach Paludikultur, je nach Biomasse, wird er immer vielleicht ein Stückchen höher sein als der herkömmliche Rohstoff, der bisher verwendete Rohstoff. Da ist es glaube ich auch eine Frage, was macht das Unternehmen damit? Also erstmal von der Politikseite kann der von der politischen Seite noch ein Stück weit auch subventioniert werden, sodass er sich an den konventionellen Rohstoff preislich angleichen kann. Das ist das eine, das andere ist ja aber auch und deshalb ist es auch so wichtig und ich finde die Tomorrow-Initiative macht das ganz großartig und viele andere Initiativen auch. Man muss es halt auch ganzheitlich denken. Man darf jetzt nicht nur im Silo Wirtschaft denken oder im Silo Landwirtschaft oder wir müssen es immer auch gesellschaftlich denken. Und wir müssen dieses ganze Thema der Moorveränderung, Moorweiterentwicklung, Moortransformation, müssen wir auch in die Gesellschaft raustragen und die Notwendigkeit vermitteln. Und wenn dann ein Unternehmen ein Produkt anbieten kann, in dem Paludikultur aus wiedervernässten Mooren verarbeitet ist, bringt das einem Unternehmen schon erstmal einen kommunikativen Nutzen. Ist das auch schon mal ein Marketingwert? Und dann ist es womöglich schon auch für das Unternehmen tragbarer, erstmal einen höheren Rohstoffpreis zu bezahlen. Also ich glaube, da spielen ganz, ganz viele Aspekte rein. Wichtig ist vielleicht auch, vielleicht wird das Endprodukt auch ein Ticken teurer. Entweder geht die Marge ein Stück weit runter. Das geht aber auch nicht bei allen Produkten, ehrlicherweise. Da sind Margen im Handel schon so gering, dass man da nicht noch mehr federn lassen muss oder kann. Vielleicht wird das Produkt im Ende aber dann ein bisschen teurer. Wenn die Gesellschaft, die Konsumenten vernünftig abgeholt sind und wissen, warum und was bringt dieses Produkt, ist vielleicht, und wir hatten es heute auf dem Agrarkongress auch an der einen oder anderen Stelle, eben auch mit den in Deutschland produzierten Lebensmitteln, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch bereit, ein bisschen mehr dafür zu bezahlen für das Produkt. Wenn man mal guckt, was gibt es ja auch, die ganzen und die Hochrechnungen und was sind denn die Umweltkosten der Klimakrise? Also damit, das kann man jetzt keinem Konsumenten erzählen, deshalb wird der nicht sagen, weil wir da über 900 Milliarden Euro sprechen, oh okay, dann zahle ich jetzt dafür mehr. Das wird nicht der Effekt sein. Aber eine Tonne CO2 kostet 237 Euro laut Uber. Also das ist ja alles noch gar nicht eingepreist, auch nicht in die herkömmlichen Rohstoffe, die heute verbaut werden und produziert werden. Da müssen wir aber irgendwo dann auch mal hinkommen und so viel Zeit haben wir nicht mehr dafür. Insofern, ja, das Preisthema ist wichtig für die Landwirte, für die Erzeuger, aber auch für die Unternehmen. Ich glaube, es ist aber ein gewisser Spielraum da, höhere Preise auch durchzusetzen, subventioniert vielleicht von der Politik, was wir aber auch in der Machbarkeitsstudie festgestellt haben, zum Beispiel im Papiersektor. Wenn man jetzt einen Teil, und wir sind da mit verschiedenen Annahmen auch vorgegangen, wenn man jetzt zum Beispiel 5 oder 10 Prozent Paludikultur in die Papierproduktion einspeist und Recyclingpapier dadurch substituiert, beim Recyclingpapierpreis, der ist jetzt auch nicht so günstig, da kann man sich fast schon im üblichen Marktgeschehen bewegen. Da sind die Preisabweichungen nicht so exorbitant für die Biomasse, die wir da aus den Mooren dann bezahlen. Also insofern muss man auch wirklich genau gucken, was für ein Produkt, was für eine Biomasse brauchen wir und wie kann man es gestalten, damit alle damit leben können. Ja, vielen Dank. Die dritte Frage, wir haben gehört, auf EU-Ebene haben wir schon Nature Restoration Law. Es werden auch arg gerupft, wie funktioniert es jetzt auf Bundesebene? Wie ist die Umsetzung in den Mitgliedstaaten? Dazu kannst du vielleicht was sagen und sie dann nochmal kurz zu der Frage, braucht es vielleicht ein Bundesmoorschutzgesetz zur Umsetzung? Aber erst mal Jutta. Genau, also die Umsetzung vom Nature Restoration Law ist so, dass die Mitgliedstaaten Renaturierungspläne entwerfen müssen und die dann wieder der Kommission vorlegen und die Kommission kann dann anhand dieser vorgelegten Pläne auch hochrechnen, erreichen wir denn unsere EU-weiten Ziele? Und natürlich werden die Moorziele in einem Land wie Deutschland oder die Niederlanden anders sein als in, ich sage jetzt mal, Portugal oder Italien. Einfach aufgrund der geografischen Gegebenheiten, das ist klar. Deswegen muss das dann auch, wie gesagt, von der Kommission nochmal zusammengebunden werden. Was ich vorhin gar nicht darüber nachgedacht habe, aber was natürlich auch eine Rolle spielt, wir haben die Sustainable Products Directive im Moment auf dem Gleis und wir haben die EU-Gebäudeenergierichtlinie, bei der graue Energie berücksichtigt wird. Sprich, die Energie, das CO2, das in den Baumaterialien steckt. Und das ist natürlich gerade für Naturstoffe und insbesondere für Palutikultur eine Riesenchance, weil man nämlich, ist ja vorhin gemacht worden, der Vergleich, die 200 Kilo, die aus dem Beton rauskommen, die würde die Palutikultur gerade wieder einsparen. Das heißt, da hat man gerade auch aus dem Bausektor wird sich, denke ich, schon daraus eine Nachfrage entwickeln. Es muss jetzt natürlich darum gehen, und das startet ihr gerade mit den Pilotprojekten, zu gucken, wie kann man das bestmöglich skalieren, wie sollte so eine Dämmplatte idealerweise aussehen, was ist die Anforderung auch der Bauindustrie, was die Verarbeitung angeht, wie kriege ich das dann an die Wand und so weiter. Und ich glaube, wie gesagt, dass wir auf der europäischen Ebene das schon ganz gut aufs Gleis Gesetz haben, dass wir aber auch in der Umsetzung, ja, konkret wird, wenn es konkret wird. Sprich, wenn vor Ort dann entsprechend Projekte geplant werden. Und was macht man, wenn man dann so ein, ich sage jetzt mal, 2000 Hektar Projekt hat und in der Mitte ist ein Landwirt mit anderthalb Hektar, der sagt, ich will aber nicht. Ja, dann stehen wir nämlich da und sagen, ja, schade wegen der anderen 1998 ein halb Hektar, dann geht das halt nicht. Und ich glaube, da müssen wir auch Möglichkeiten finden, wie wir gesellschaftlich solche Probleme angehen, damit es eben dann auch vielleicht einen gesellschaftlichen Druck gibt, sich an solchen Projekten zu beteiligen. Und man sich nicht zurücklehnen kann und sagen kann, das geht mich jetzt alles nichts an. Also es klingt jetzt ein bisschen harsch, aber ich sehe ehrlicherweise keine andere Möglichkeit, als wirklich auch von der Landwirtschaft beispielsweise diesen Druck auszuüben, zu sagen, das ist für uns eine Chance, wir wollen das machen, bitte mach da mit. Und nochmal zur Frage mit den Schweinen. Ich glaube, das halten die einfach von ihren Füßen her nicht aus. Also schon die Milchkühe können ja nicht auf den vernäßten Böden stehen, deswegen nimmt man ja die Wasserbüffel. Ja. Ja, also ich habe, wie gesagt, immer noch von Wasserbüffeln oder noch von Morschnucken, das sind diese Schafe, die das auch abkönnen gehört. Hilft bei der Frage Freiwilligkeit, Flächeneigentümer überzeugen, vielleicht ein Bundesmoorgesetz? Also wir müssen mit Sicherheit einige Gesetze ändern. Also als erstes muss man das Wasserrecht geändert werden, damit wir überhaupt ein System und ein Rechtssystem, das auf, wie kriege ich das Wasser weg aus der Landschaft, wie halte ich das Wasser? Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo ich es haben will und wie kriege ich es weg zu dem Zeitpunkt, wo ich es nicht haben will. Also das haben wir jetzt in den Fluten ja, habe ich eben schon gesagt, gesehen. Also dafür müssen wir tatsächlich einiges ändern. Da müssen wir das Wasserrecht in den Ländern ändern. Da müssen wir die Satzungen der Wasserverbände ändern, die im Moment verpflichtet sind, das offen zu halten, anstatt das zuzumachen. Da müssen wir aber auch Baurecht vielleicht nochmal angucken und gucken, ob wir da eine Beschleunigung brauchen, ähnlich wie bei erneuerbaren Energien, weil wir müssen nämlich auch da, das habe ich mir in der Wesermarsch angeguckt, die Wehre anschauen, die jetzt da sind. Die sind auch in einem System der Entwässerung und die sind an der falschen Stelle zum Teil. Das heißt, wir müssen neue und vielleicht auch ganz andere, müssen wir mal nach Holland rüber gucken, Wehre bauen. Sprich, also da haben wir einiges zu tun an rechtlichen Änderungen, die wir systematisch angehen sollten. Nicht unbedingt in einem Gesetz, das sind mehrere Gesetze. Also wenn das ein Gesetz wäre, dann wäre das ein Artikelgesetz, das gleichzeitig zehn andere ändern muss. Ich finde, wir sollten gleichzeitig, wir sollten einen Plan machen, da sind wir auch schon dabei und den dann umsetzen. Ich glaube, da braucht es nicht ein Moorschutzgesetz. Insbesondere glaube ich nicht, dass wir in der jetzigen Situation, wo wir politisch jetzt gerade stehen, ein Moorschutzgesetz brauchen, das über die Möglichkeit der Enteignung noch nachdenkt. Wir haben für das Problem, haben wir ein System, das heißt Flurbereinigung und das würde ich auch an der Stelle unbedingt dann nutzen. Das ist nichts Neues, das wird seit Jahrzehnten gemacht und wenn da einer in der Mitte sitzt und der ist wirklich nicht da rauszuholen, die Frau Tannenberger hat mir schon mal gesagt, es geht manchmal auch, dass man ein Stück da vielleicht dann eben nicht vernässt und das drin lässt und trotzdem drumherum das macht. Aber wenn das eben nicht geht, dann muss man eben auch mit diesem Instrument kommen, der Flurbereinigung und da sind dann natürlich am Ende auch Instrumente dabei, die massiven Druck auf diesen Landwirt ausüben und dann auch am Ende eine Enteignung dieses Stückes mit einem Tausch eines gleichwertigen Stückes an anderer Stelle verbinden. Ein rechtliche Frage, also das geht im Rahmen der Flurbereinigung. Das geht, das baut massiven Druck raus. Also das braucht keine Einstimmigkeit. Ist eben langwieriger Prozess, der viele Jahre bis Jahrzehnte dauern kann, aber es ist prinzipiell möglich. Aber das Enteignen, Entschuldigung, das dauert genauso lange, also weil da landet man vor Gericht und durch alle Instanzen und am Ende hat man die gleiche Zeit verloren. Also ich würde auf Flurbereinigung an der Stelle setzen, unbedingt. Und wir müssen eben gucken, wo wir Hindernisse haben. Insbesondere, bin ich mir sicher, beim Baurecht müssen wir einfach nochmal gucken, wie wir dann sowas möglichst beschleunigen, weil wir ja auch 2030 vor Augen haben und da ja schon ein Stück weit vorangekommen sein wollen. Ja, vielen Dank. Wir haben noch Zeit für zwei ganz kurze Fragen. Stefan, du hattest dich gemeldet und dann gleich hier vorne noch einmal. Haltet euch kurz und sagt am besten, an wen ihr die Frage richtet. Es ist tatsächlich nur eine ganz kleine Anmerkung, weil ich dieses Schwarz-Weiß-Denken auf Enteignung und Freiwilligkeit nicht so mag. Es gibt auch da Zwischenstufen, zum Beispiel die Duldung, die gibt es ja auch jetzt schon, die wird natürlich nicht gerne angewendet. Aber das ist ja auch, das steht in unserem Grundgesetz, ja, Eigentum verpflichtet die Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Naturschutz ist Staatszielbestimmung in Deutschland. Also auch da immer gleich zu sagen, Enteignung, wenn es eine gewisse Einschränkung ist, ist das eine. Und das andere ist, es wird ja auch in anderen Bereichen sehr schnell enteignet. Ich selber wurde zweimal enteignet, einmal für ein Familienhaus-Siedlung und einmal für einen Radweg. Beim Radweg haben sie mir hinterher gesagt, übrigens, wir haben sie enteignet, hier sind 5000 Euro. Also das geht woanders ganz schnell. Und im Naturschutz ist natürlich immer gleich ein Drama. Das hängt aber auch daran, dass wir immer alles Enteignung nennen, was manchmal gar keine Enteignung ist, rechtlich. Das fühlt sich vielleicht manchmal so an, aber man kann da auch ein bisschen differenzieren. Das wollte ich nur kurz mal anmerken. Okay, ein Kommentar. Dann letzte Frage hier vorne, der Herr, in der Mitte. Ja, danke. Vielleicht weniger eine Frage als eine Anmerkung. Also ich, Bringer Heinz, mein Name befasse mich seit etlichen Jahren mit der Wertschöpfungskettenentwicklung im internationalen Zusammenhang, also globale Lieferketten. Und wir haben dazu eine Methode entwickelt. Und da geht es natürlich immer von den Märkten zurück zu den Lieferanten. Also bei der Definition einer Wertschöpfungskette ist der Endmarkt das Kriterium. Und so gesehen, und das ist jetzt meine Anmerkung, reden wir hier nicht über eine Wertschöpfungskette, sondern eben über so viele Wertschöpfungsketten, wie es Abnehmer gibt, weil das ja auch unterschiedliche Produkte sind. Jetzt haben wir für die Entwicklung der Wertschöpfungsketten immer gesagt, für jede braucht es eine Art runden Tisch, wo man über die gemeinsamen Probleme redet. Und das würde ja dann, wenn man jetzt dieser Methodik sich anschließt, auch bedeuten, dass es da unterschiedliche, runde Tische geben müssten, müsste die eben von der Marktseite her denken. Ja, vielen Dank. Glaube ich, sehr wichtiger Hinweis. Und den nehmen wir auf jeden Fall mit für unsere weitere Arbeit an der Moortransformation. Ich möchte die Podiumsgäste noch einmal ganz kurz um ein Abschlussstatement bitten. Und zwar mit der Frage, was nehmen Sie, was nehmt Ihr heute Abend hier von der Diskussion mit, ganz konkret für Eure Arbeit, was Ihr in Zukunft umsetzen wollt. Bitte ganz kurz in einem Satz. Frank, bitte. Ich nehme heute auf jeden Fall mit, dass das Netzwerk, in dem wir arbeiten, doch größer ist, als man denkt. Und ein Appell habe ich aber noch dazu. Und zwar, dass wir uns darauf beruhen sollten, im ersten Moment uns stark auf die Wertschöpfungsketten zu konzentrieren, ehe wir über die Erhöhung der Wasserstände sprechen und das alles auf Freiwilligkeit auch beruht. Das ist schwierig. Aber auch Herausforderungen sollten gemeistert werden können. Vielen Dank. Herr Farke. Wobei ich da ganz kurz sagen muss, die Wasserstände müssen wir sowieso regulieren. Also jetzt unabhängig davon, ob wir vernässen wollen oder nicht. Aber gerade die Flut jetzt hat doch gezeigt, dass unser Wassersystem dringend überarbeitungsbedürftig ist und wird aber vom BMUV ja mit der Wasserstrategie auch schon längst adressiert. Und da werden wir rangehen, jetzt unabhängig davon, ob die Landwirte, die das betrifft, dann tatsächlich vernässen wollen oder nicht. Das nur nochmal kurz als Statement halte ich für notwendig. Ich selbst habe eigentlich gerade das Schlussstatement, das ist mir jetzt nochmal wieder klar geworden, dass alles so sehr miteinander zusammenhängt und verwoben ist, dass wir immer noch mehr kommunizieren müssen an Tischen, ob sie rund sind, eckig oder wie auch immer, oder über Videokonferenzen. Wir müssen die Kommunikation weiter betreiben, wir müssen weiter lernen, wie das System funktioniert und Sie haben Recht, wir müssen die verschiedensten Wertschöpfungsketten an der Stelle betrachten, weil letztendlich ist das Schilf, dass da eventuell wächst, eben nur eins. Wir müssen auch gucken, dass da PV mit draufkommt, als weitere Einkommensquelle und müssen trotzdem auch meiner Meinung nach an Umstellungsprämien arbeiten, weil sonst die Landwirte das nicht stemmen können, wenn sie noch laufende Kredite haben und so weiter. Das ist ein bisschen anders, ist in jeder Region anders als bei Ihnen, sozusagen. Das waren jetzt schon ein paar mehr als ein Satz, aber ich gebe weiter an Claudia, bitte. Ja, ich nehme auch nochmal eine Bestärkung oder einen Verstärker mit, dass der Wert und die Machbarkeit überhaupt von solchen großen Veränderungsvorhaben in der Kooperation liegt und das nehme ich einfach auch nochmal mit und möchte das auch direkt, du hast gefragt, was nehmen wir in unsere tägliche Arbeit mit, das werde ich morgen gleich tatsächlich in meine tägliche Arbeit mitnehmen, im großen Termin, den wir da haben werden, dass es so viel Bereitschaft, so viel Aufbruchsstimmung auch gibt und so viel Willige und wir uns mit denen jetzt erstmal zusammenfinden müssen und werden und dann nicht immer nur kommunizieren, wenn fertige Erfolgsbausteine vorliegen, sondern schon die Leute auch auf den Weg mitnehmen und über Teilerfolge, über kleine Erfolge sprechen, sie auf die Reise mitnehmen. Das ist, glaube ich, total, total wichtig und nicht immer nur alle Jahr, anderthalb Jahre sprechen und sich melden, wenn es was zu, wenn was Fertiges vorliegt, wenn der Liefergegenstand dann da ist, nicht dann erst, sondern Leute mit auf die Reise nehmen, über Erfolge sprechen, auch über was, was mal nicht gelungen ist, aber einfach die Leute an Bord halten und ganz stark in Kooperation denken. Dankeschön. Ja, und ich nehme auch ganz viel Ermutigung mit von den Beispielen, die wir gesehen haben, was wir gehört haben von Menschen, die wirklich gesagt haben, ich probiere das jetzt aus und auch wenn es noch keine Grundlage dafür gibt, weil mir das intrinsisch wichtig ist. Und ich glaube, das ist das, was einen auch in diesem manchmal sehr, was soll ich sagen, unleidlichen Politikgeschäft dann auch immer wieder aufrecht hält, dass man eben sieht, vor Ort passiert schon ganz viel. Es sind ganz, ganz viele, die auch in diese Richtung gehen. Und ja, ich nehme mit, wir müssen dringend was bei der gemeinsamen Agrarpolitik ändern, damit ihr die Planungssicherheit habt, die ihr braucht, um euch in solche Projekte zu stürzen. Vielen herzlichen Dank. Eigentlich nicht, aber ausnahmsweise. Ich fürchte, das Geld reicht an der Stelle nicht, was in der GAP ist. Das sind 5 Milliarden pro Jahr, die wir da haben. Die kann man ja nicht nur für Moor ausgeben, aber wir brauchen tatsächlich für diese Transformation Milliardenbeträge, die wir im ANK haben. Ich glaube, die GAP ist nicht der richtige Ort, wo wir das definitiv lösen können. Ja, aber dass zumindest mal ein bisschen was mehr drinsteht, als halt nur der Rohrkolben. Davon reden. Ich glaube, der Panel ist auch nicht der richtige Ort, das jetzt heute Abend noch zu Ende auszudiskutieren. Deswegen verbleibt mir jetzt vor allen Dingen noch, den Gästen heute Abend zu danken. Ich glaube, das war ein sehr, sehr breites, sehr, sehr vielfältiges Podium. Vielen herzlichen Dank. Frank Havemeyer, Bernd Farke, Claudia Bühler und Jutta Paulos. Dankeschön. Ich bleibe noch kurz sitzen. Mir bleibt natürlich auch noch zu sagen, was ich mitnehme. Ich fand heute die Diskussion auch sehr spannend, sehr vielfältig. Ich habe vor allen Dingen mitgenommen, A, es kommt auf Sprache, es kommt auf Wording an. Wir müssen miteinander reden, nicht nur übereinander. Auch gemeinsame Lösungen finden, auch manchmal streiten, manchmal auch Brücken überwinden. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir das schaffen und dass dann auch Freiwilligkeit funktionieren kann. Ich habe zweitens mitgenommen, dass wir noch viel stärker in dieses sogenannte Mainstreaming gehen müssen. Also wir haben heute gehört von Wasserrecht, von Baurecht, von GAP, von Green Claims, von Unternehmensreporting und so weiter, wo überall, wenn man darüber nachdenkt, Moor drinsteckt, Moor- und Paludikultur drinsteckt, auch in ganz, ganz vielen Lieferketten, was Sie hier angesprochen haben, in ganz, ganz vielen Wertschöpfungsketten, auch international steckt jetzt schon Moor drin, ohne dass wir das eigentlich wissen so sehr. Ich glaube, da müssen wir noch ganz, ganz viel darauf arbeiten. Und ich glaube, eins, was ich mitnehme, wir müssen einfach loslegen. Wir müssen machen. Wir müssen ausprobieren. Wir müssen auch mal scheitern. Also ich glaube, auch in der Allianz, in Tomorrow werden wir auch scheitern. Es wird nicht alles funktionieren. Wir müssen mit einer Reden, müssen dann analysieren, was gescheitert ist und dann wieder aufstehen und weitermachen. Und ich glaube, so... Genau, die Lasten müssen natürlich gut verteilt sein. Das ist ganz klar. Aber ich bin da sehr, sehr positiv, auch nach dem heutigen Abend, dass wir gemeinsam da Lösungen finden können. Ich danke den Gastgeberinnen hier von der Böll Stiftung, Inka, Hagen, dem ganzen Team. Ich danke der Technik. Ich danke natürlich Bass, Amelie und Henning Vogt in Abwesenheit beziehungsweise auch dem NDR zur Bereitstellung des Filmmaterials heute Abend. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Applaus wert. Und ich danke natürlich Ihnen hier in Berlin im Saal für Ihr Kommen, für das aktive Mitdiskutieren, Fragen und auch Kommentieren. Ich danke allen, die online jetzt heute zugeschaltet waren und zugeguckt, zugehört haben, die hoffentlich auch viele Impulse mitgenommen haben. Mir bleibt dann nur noch darauf zu verweisen, vorne gibt es noch einen kleinen Tisch mit den Atlanten, mit dem MOA-Atlas, auch dem internationalen Peatland-Atlas, den wir in Brüssel im September auch mit Jutta Paulus zusammen vorstellen konnten, aber auch dem aktuellen Bodenatlas, den Sie mitnehmen können. Und es wird jetzt, es ist ja eigentlich erst der Auftakt für die grüne Woche, die jetzt noch kommt. Es gibt auch auf der grünen Woche, wenn Sie dort sind, einen Stand vom FNR, der sehr stark auch zum Thema MOA sich beschäftigt, einen Stand vom BUMUV, der sehr stark auf MOA und Paludikultur fokussiert ist. Also auch dort gibt es viele Anknüpfungsmöglichkeiten, sich weiter zu dem Thema zu informieren, ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, gemeinsame Worte, Narrative zu finden. Und dann kommen wir alle zusammen weiter. Und ich freue mich auf den weiteren Austausch und die weiteren Gespräche. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.